Willkommen zurück bei Circus Grande. So, wir haben letztes Mal die neue Vorstellung gemacht. Jetzt machen wir mal einen Tagesplan. Also, Patrick hat Energie 8 von 75. Achso, warte mal. Ich muss mal vorspulen. Oh, jetzt. 22 von 45. Okay. Training brauchen wir keins. Oh, das passt so weit. Pepe. Vielleicht, wenn das da hingeht. Trainieren. Ja, das war schon so. So, Jasper hat aber ganz schön viel. Ja, dem gönnen wir die Pause noch. Bleibt zu Hause in seinem Gehege. So. Was ist mit den Hunden? Warte mal, die Hunde haben 12 von 18 AG, 6 von 19. Das geht auch nicht. Das da trainieren und das da. Okay. Der hat 10 von 40 Energie. Ja, den schicken wir jetzt mal in der Pause. Okay. So pass. Los. Los. Und? Dann gucken wir doch mal. Oh, guck mal, das ist neu. Das ist schön. Was kommt jetzt? Achso, jetzt rettet er wieder rum. Achso, guck mal, da war ein Hindernis. Guck mal. Und tschüss. Und der kommt wieder her. Also, man muss irgendwie hier das Ding raushaben. Was lacht der so blöd? Hallo, du sollst deine Arbeit machen. Okay. Wie jetzt das macht er? All das mit dem Spucken, das muss er wieder üben wahrscheinlich. Das kann er wieder nicht. Ah, schon mal fast vergessen. Ich muss nicht. Wie stätzen? Wie der aussieht, ne? Cool ist dich. Warum nicht? Mach mal hier, Idiot. Was ist denn das? Warum? Oh. Ach guck mal, der verbeugt sich. Oh, guck mal, das Zelt ist riesig jetzt. Man kann auch das Zirkus erweitern, dass da noch mehr passiert. Ich will mal ein neues Tier haben oder irgendwas. Oder einen neuen Darsteller. Nicht mal dasselbe. Ach, das ist neu, das ist neu. Das ist neu. Was geht jetzt? Uh. Das ist auch neu, oder? Oh. Cool. Alter, das hat er schon richtig gut gemacht, ne? Der hat gar nichts ausgelassen. Null. Ba, 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 ba. De, de, de. Na? Steh ich so rum. Okay, das kennen wir ja schon. Oh. Ja. Geschafft. Okay, cool. Alter, die war richtig cool und war wirklich großartig. Guck mal das an hier. Süß, 44, Spaß, 69, Exotik, Niveau, Spannung, durchschnittlicher Eindruck. Okay. Es sind mehr Frauen da drin, ne? Voll geil. Okay. Großartig. Der Zirkus hat wieder einen halben Stern bekommen. Jetzt wollen auch anspruchsvollere Zuschauer unser Programm sehen. Wir sind berühmt. Okay. Jetzt geht's los. So. Also wir müssen jetzt wirklich mal ein bisschen aufpassen auf das Geld, ne? Weil sonst kommen wir in Schwierigkeiten wieder. Neues Gebäude besückbar. Wir haben einen halben Stern gewonnen. Das ist einfach zu schön. Aber irgendwie fehlt noch etwas. Was meinst du damit? Es gibt keine Erfrischungen. Das Publikum kann sich nichts zu trinken kaufen. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Und wir könnten damit ja auch Geld verdienen. Das kannst du laut sagen. Jetzt könnten wir ein wenig Geld mit Getränken und Süßigkeiten verdienen. Probieren wir's aus, ob das vom Publikum angenommen wird. Verdien Geld. Klick auf das Bausymbol in der linken unteren Ecke und baue Stände. Vergiss nicht. Du kannst nur bauen, während es hell ist. Okay. Okay. Dann machen wir doch mal hier. So. Also. Ja. Hallo. Mach doch mal weg. So. Also neue Gebäude. Okay. Was haben wir denn noch? Ach hier. Guck mal. Getränke-Stand und Süßigkeiten-Stand. Süßigkeiten sind vor allem bei Kindern sehr beliebt. Dieses Gebäude wird für Zuschauer ab eineinhalb Sternen benötigt. Bauen wir. Bauen wir das da hin. Das da. Gute Getränke gehören zu den wichtigsten Lebensmitteln. Hier werden sie verkauft. Dieses Gebäude wird auf Zuschauer auf einen Stern benötigt. Okay. Glückwünsche, Peter. Du hast die Aufgabe erfüllt. Mhm. Oh, das dreht sich sogar. Guck mal. Okay, dann machen wir mal kurz Pause. Ich will mal kurz gucken. Also, Süßigkeitenstand. Was haben wir denn da? Machen wir mal drei. Und da. Auch drei. Okay. Können wir mal kurz gucken. Guck mal, guck mal. Die sind jetzt alle da. Wo ist der Hund? Hey. Okay, der hört nicht. So, Drinks. Fresh Drinks. Sehr lustig. Cotton Candy. Okay. Ähm, Zirkuszelt. Warte mal, da war ja auch was, ne? Also, verbessern kann man hier nichts mehr. Okay. Kannst ein neues Programm erstellen. Da kann man nichts machen. Gebäude verbessern. Ne, ne, ne. Ohne angenehmer zu machen. Zehntausend. Dreißig haben wir. Ich weiß nicht. Sieht denn die aus. He, he, he. Guck mal hier. Machen wir mal 15. Also, Verschönerungen. Sorgen für Aufmerksamkeit. Okay, 25.000. Springbrunnen haben wir jetzt. Springbrunnen sind hübsch und beliebt bei den Zuschauern. Okay. Dreitausend. Ja, das können wir jetzt ja hinbauen. Aber nicht so viele. So ein paar. So, vier Stück. Ich glaube, das reicht erst mal. Jetzt haben wir noch 20.000. Jetzt machen wir mal hier. Ähm. Warte mal, wie müssen wir das mal machen? Ähm. Tagesplan, genau. Also, Pepper hat wirklich schwache Werte. Der hat nur zwei Sterne. Schwache Werte. Puh. Okay, 20.000. Okay, wir haben schon mal 3.000 plus gemacht. Oh, das ist schon mal gut. So, jetzt aber Pepe. Äh. Du schickst ihn auf Tagestour. Äh. Und seine Laune steigt. Ja, komm. Dann machen wir aber nur den, ne? Stress, 24. Oh, oh. Okay, dann schließen wir mal hier die Tore. Und dann machen wir doch mal. Der Darsteller hat einen halben Stern bekommen. Oh. Jetzt insgesamt dreieinhalb und halb. Cool. Sehr schön. Oh, jetzt war. Oh, geil. Okay. Okay. Okay, jetzt gucken wir mal nochmal. Gut. So, lassen wir das jetzt. Ähm. Dann kann er jetzt hier wieder Training machen. Genau. Pepe hat null Stress. Das ist gut. Dann kann er jetzt am Einrad fahren. Haha. Und der da? Hat auch null Stress. Guck mal. Alles null. Ja, das ist schon mal geil. Liebt er das schon mal hier. Jazzband auch null. Und kann er das üben. Und die Docks. Hat mir auch nur Stress. Und kann das hier machen. Ja, sehr gut. So. Der Darsteller kann eine neue Nummer vorstellen. Okay, neue Nummer. Machen wir mal hier. Achso, ja. Stimmt ja. Okay. Also, dann kann er hier mal das da machen. Und dann Pause. Und dann kann er hier. Kann das da machen. Er. Kann das und das. Ja, genau. Der da. Kann das beides machen hier. Okay. Dann gucken wir nochmal auf das Programm. Die Hunde waren es, ne? Ich glaube, die Hunde waren das. Wo sind die? Wo sind die? Hier. Okay. Was haben wir denn neu? Das ist doch dazu. Das da. Nee. Er nicht. Also, die Hunde nicht. Und da. Ähm. Ähm. Hä? Wo denn? Spritzen, oder? Das Pferd. Das hat schon acht. Fünf, sechs, sieben, acht. Und er. Fünf, sechs, sieben. Fünf, sechs, sieben. Ja, genau. Speichern. Show vier. Speichern. Überschreiben. Okay. Dann öffnen wir mal die Tore wieder. Zack. Der Darsteller kann eine neue Nummer vorführen. Ach, die Hunde wieder. Okay. Äh. Was? Fünf, sechs, sieben, acht. Kann er nicht. Hä? Wo denn? Ich hab hier, check ich jetzt. Ich kann's. Warum kann ich das hier auswählen? Hä? Der Darsteller hat beim Training versammelt. Pepe wieder. Mein Gott. Pepe hat wieder versagt. Was ist denn mit dem immer? Was will der immer? Beim Training versagt. 24 im Stress schon wieder. Oh. Ja, dann hier. Go up. So. Kann der hier mal Dester machen und Dester. Dann kann er ihr Dester weggehen. Dester, Training, Dester und Dester. So. Okay. Mein Gott. Sieben, neun. Okay, jetzt geht's wieder los. Also, der hat wenig. Das hat man auch wenig. Der braucht gar nichts machen. Der kann man bei der Pause machen. Genau. Okay. So passt's. Werden die Vorstellungen uns genug Geld einbringen? Wenn du den Hunden ein paar neue Kunststücke beibringst, mit Sicherheit. Bring den Hunden mindestens zwei neue Nummern bei. Und lass sie sie fehlerlos ausführen. Glückwünsche, Peter. Du hast die Aufgabe erfüllt. Was hab ich? War gut. Hä? Achso, ich hab schon neue. Okay. Was? Okay. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Circus Grande. Und dann schauen wir mal, wie's hier weitergeht. Bis dann. Tschüss.